Ja, was jetzt? Bullen oder Bärenmarkt? Die Frage mag man sich stellen, wenn man aktuell auf die Märkte guckt, denn eigentlich hatten wir doch vor kurzem noch gesagt, es geht noch ein bisschen tiefer und jetzt gibt es schon die ersten Anzeichen für wieder steigend. Da gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen für verschiedene Märkte, deshalb gucken wir uns wie immer im Index-Update am Nachmittag das mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mit dem DAX an, der ist im Moment ganz gut unterwegs, das ist der DAX-Index, den wir jetzt hier gerade haben, da habe ich die Zeit und wir können noch mal gleich kurz rüber wechseln zum Future. Wir hatten ja mal angedacht, dass es so eine Seitwärtskorrektur sein kann, so in etwa, drei will ich runter, drei will ich hoch und noch mal einen Schub runter. Wir sind so ziemlich so auf die Unterseite, nein, Entschuldigung, auf die Oberseite unseres Zielbereichs aufgesessen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, es geht noch ein bisschen tiefer, nicht aus Boshaftigkeit, aber um die Größenordnung in typischere Wahrscheinlichkeiten eben zu bringen und das ist ja immer ganz hilfreich. Jetzt geht der Kerl aber jetzt schon nach oben und da ist natürlich die Frage, geht es jetzt mit 18.000 endlich weiter oder was haben wir jetzt hier zu erwarten? Tatsächlich ist es beim DAX eine interessante Frage, denn wenn wir uns das ein bisschen größer mal angucken, das Ganze, die Bewegung, wir hatten eine relativ starke Abwärtsseite und wir sind noch nicht so tief rein, also wir sind quasi so halbwegs aufgesetzt. Ihr wisst, dass die Kiste, die ich hier male, nicht Millimeter genau relevant ist, sondern ich sage ja immer, dass die 38 bis 61 ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, also das ist jetzt willkürlich, dass es jetzt exakt auf dieser Marke ist. Das hat damit nichts zu sagen, dass das jetzt besonders toll ist oder nicht, aber wir sind zumindest mal in die Nähe reingekommen und jetzt zählt es, denn die letzte Bewegung ist eine scharfe Bewegung nach unten und nehmen wir mal an, es kommt nachher eine Korrektivbewegung in diese mittlere Zone wieder rein, von oben bis unten gemessen, in diesem Bereich 38, 61. Beim DAX Index ist das ziemlich genau 16.000, sagen wir mal bis 16.200, ein bisschen weniger als 200, vielleicht 170, irgendwie sowas. Das ist diese blaue Kiste, die ich gezeichnet habe. Wenn er da wackelig reinkommt, dann bin ich ziemlich sicher, weil das dann die scharfe Abwärtsrichtung war, dass das nochmal passiert, was aber absolut okay ist. Das wäre ja überhaupt kein Drama, denn diese Abwärtsbewegung scharf, diese hier korrektiv, danach nochmal die scharfe Fortsetzung der ersten, wird uns immer noch dahin bringen, wo wir ja auch übergeordnet gesagt haben, lass ihn da doch nochmal reinfallen. Es wäre ja ein normales Korrekturniveau. Dafür müsste dieser Anstieg, den ich jetzt hier mal so angedeutet habe, korrektiv sein. So, und jetzt ziehe ich das mal zur Seite und jetzt gucken wir uns den Teil mal ein bisschen genauer an, zum Beispiel, von mir aus im 15-Minuten-Chart, wie gesagt, das ist jetzt der Index. Aber wir sehen, ist das korrektiv? Ganz genau, entschuldigt, ganz genau können wir es noch gar nicht sagen. Warum? Weil im Moment ist das eine dreiwellige Bewegung und wir haben ja gelernt, dass dreiwellige Bewegungen Korrekturen sind. Das heißt, nehmen wir mal an, was ich jetzt nicht zwingend erwarte, aber nehmen wir mal an, er würde diese Marke durchstoßen, das ist das Zwischentief, was wir hatten. Nicht das absolute Tief, sondern das Zwischentief, Dienstag, Nachmittag, gestern Nachmittag, was wir da hatten. Wenn er die durchstoßen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann gehen wir hier nochmal so in die Mitte rein, einfach so als halbe Fortsetzung dessen, was wir hier vorne hatten, da hinten nochmal. Und dann landen wir ungefähr wo? Naja, da, wo wir es gesagt hatten. Also es wäre schon ganz schön tief, aber so ungefähr in dieser Kiste, das wäre durchaus noch realistisch. Allerdings ist das ganz schön unsymmetrisch und das weckt Hoffnung. Welche Hoffnung weckt das? Dass wir vielleicht hier noch einen Fünfweller kriegen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Nämlich, dass wir nach diesem ersten Anstieg, Rücksetzer, ein Anstieg, der kann ja noch ein bisschen weiter gehen. Vielleicht haben wir gerade eine kleine Zwischenpause, nochmal einen Rücksetzer in ähnlicher Größe wie der erste Rücksetzer und das. Und wenn ihr euch dieses Muster anguckt, was ja immer noch möglich ist, ist ja nicht so, dass, ja, ist ja völlig unmöglich. Wenn ich das mal zur Seite schiebe, dann werden einige von euch sagen, das ist doch wieder ein Impuls für die, die das nicht einschätzen können. Wir gehen stark in eine Richtung und Gegenbewegungen, die wir haben in der Bewegung, diese Gegenbewegungen sind entsprechend nicht überschneidend. Also der und der, der überschneidet nicht und damit ist es eine Impulsbewegung und das sieht dann sehr nach der neuen Haupttrendrichtung aus, sprich ein bullischer Markt. Das heißt, noch ist da nicht alles verloren. Es ist durchaus möglich, dass das, was wir hier jetzt ansatzweise gerade sehen, so der erste tapfere Versuch ist, hier auf der bullischen Seite jetzt richtig loszulegen. Das Gegenbeispiel wäre irgendwas mit Überschneidung. Stellt euch vor, ich mache mal den hier nochmal weg, stellt euch vor, der macht jetzt hier den Anstieg, hat er gemacht. Rücksetzer, okay, macht das, macht wieder einen Rücksetzer und das, das geht ja auch. Aber jetzt seht ihr, dass diese beiden, also der hier und der, ich habe sehr schlecht gezeichnet, jetzt hier aber so wie ich es meinte, dass die überschneidend sind. Der ist tiefer als der, das ist Millimeter jetzt hier richtig, kann natürlich noch deutlich mehr sein. Dann wäre das korrektiv und dann müssten wir gucken, ob nicht ein Bruch dieser Tiefmarke hier, also dieser Tiefmarke, vielleicht nicht doch dann nochmal, quasi die Fortsetzung dieser Bewegung, die wir hier oben haben, nochmal nach unten eben mit sich bringt und dann doch nochmal rein. Also es hängt jetzt davon ab, wenn es wirklich das richtig schöne, das tollste bullische Bild geben sollte für die Aufwärtsseite, also die beste Voraussetzung für den Bullenmarkt ist, dann sollte der Anstieg, wenn er Pausen macht, ähnlich große Pausen nicht überlappend machen. Dann bin ich sehr davon überzeugt, dass die Möglichkeit einer Korrektur, die sich dann ergibt, denkt immer dran, so ungefähr die Hälfte dieser Strecke wieder zurück. Ganz groß, das sind immer diese blauen Kisten, so um die 50 Prozent, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber sozusagen. Sehr vereinfacht jetzt das. Dann wäre das der Trigger für die Long-Seite. Und je höher das hier noch geht, also je höher der erste Teil ist, desto höher wird ja auch der hintere Teil sein. Spätestens wenn wir diese Marke, das ist 16.275 hier in etwa, die 78er Marke, wenn wir die durchstoßen, selbst wenn wir noch hier unten sind, aber die Erwartungshaltung haben, dass das Target oberhalb liegt, haben wir beste Voraussetzung, dass das dann wirklich auch der Start ist für, jetzt geht es Richtung 18.000, vielleicht sogar massiv weiter, aber zumindest mal vorläufig, dass wir auf dem Weg nach oben sind. Und dann haben wir hier auf halber Höhe, auf diesen Zwischenhochs, sinnvolle Möglichkeiten, hier entsprechend reinzukommen. Also ihr seht, ich bin nicht negativ eingestellt. Was ich aber brauche, um es wirklich für eine Ausführung geltend zu machen, ist, dass wir möglichst überlappungsfrei hier auf dem Weg nach oben sind. Wir können noch mal ganz kurz ein bisschen aufräumen hier. Die Alternative, einfach noch mal, damit wir das in uns gewahr sind, die Alternative ist, wenn wir hier jetzt irgendwie was vielleicht auch so Korrektives bekommen, mit vielen Gegenbewegungen, dann müssten wir damit rechnen, dass das noch mal passiert. Und ich hatte in der letzten Zeit häufig erklärt, dass dieser Rücksetzer nicht giftig ist für den Bullenmarkt, solange wir oberhalb ungefähr der 15.190 bleiben, ist alles noch safe. Dann geht es vielleicht später hier an der Stelle noch mal nach oben. Das ist durchaus denkbar. Also ihr seht, wir haben vielleicht schon die Chance. Achtet darauf, ob er das macht. Was wir jetzt hier sehen, macht einen guten Ersteindruck für diese Geschichte. Wenn das nicht so deutlich ist, wenn das eher korrektiv mit den Überschneidungen ist, dann vorsichtig rechnet mit diesem Rücksetzer noch mal. Dann kann man für ein Zwischenschort nutzen, wenn man eben auch mal kurzzeitig mal in der Gegenrichtung handeln mag. Das ist dann für uns zumindest mal ein klassisches Niveau, um da noch mal reinzukommen. Aber wenn der Kurs überlappungsfrei ist, Korrekturen im Anschluss, also quasi das hier im Anschluss, das bildet dann die entsprechende Longe-Richtung. Also spannende Situation beim DAX. Ziemlich entspannende Entscheidung. Noch ist sie nicht entschieden, dass er hier reinläuft. Alleine ist mir noch nicht gut genug. Ich muss jetzt noch wissen, kriegt das ohne Überlappung hin und sind die Korrekturen dann abwärts. Dann sage ich, das ist doch so ähnlich wie hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwie wackele ich runter. Das ist jetzt nicht mega schön, wenn man ganz ehrlich ist. Aber hier ist vielleicht ein bisschen schöner. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Korrektiv runter oder hier noch mal Schub hoch, Korrektiv runter. Wenn das so ähnlich hier wird, klasse, dann sind das Long-Einstiege für weiter vorläufig nach oben. Gucken wir uns den Dow Jones an. Und der hat, ich zitiere, einen meiner Händler, der hat es verkackt. Ist ein Zitat, sonst würde ich das niemals so sagen. Warum hat das? Weil der Anstieg ist ja ganz gut gewesen hier. Auch die Pause war gut. Und dann hier das. Und jetzt ist er aber hier runter. Und ihr seht, dieser Punkt ist tiefer als das. Und damit haben die Marktteilnehmer es nicht überlappungsfrei hingekriegt. Muss das so sein? Naja, es gibt das auch mit Überlappung. Stichwort wäre Leading Diogenals. Aber Leading Diogenals kommen nur zu 10 bis 15 Prozent wahrscheinlich vor. Und ich mag nicht gerne jetzt sagen, das ist bestimmt etwas, was nur eine, sagen wir, zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit hat. Da setze ich jetzt mein Geld rein. Das klingt nicht so vernünftig. Also insofern, das ist etwas, wo ich mich da, was das angeht, dann doch vorläufig dann eher nochmal zurückhalte. Also ihr seht, der sieht noch nicht so gut aus. Deshalb ist beim Dow Jones mein Verdacht, vielleicht geht er auch nochmal einmal hoch. Es bleibt aber ja korrektiv, dass wir entweder sofort nochmal hier in diesen Rücksetzerbereich reingehen, vielleicht auch nochmal mit dem Umweg hier reingehen, aber dass wir da nochmal einmal reinlaufen. Und dementsprechend sehe ich natürlich die Gefahr. Wir haben gesehen, dass Dow und DAX relativ hohe Ähnlichkeit haben in den letzten Monaten. Dass das wahrscheinlich bei beiden nochmal dazu führt, dass man eben diesen Rücksetzer dann nochmal sieht. Das ist kein Drama. Das macht nicht das übergeordnete bullische Bild kaputt, aber heißt, naja, dann vielleicht noch nicht zwingend jetzt schon loslegen, sondern möglicherweise da nochmal ein bisschen abwarten. Ist das der Garaus für die Aktienmärkte? Sollte man jetzt also nochmal warten mit dem Einstieg? Für die beiden, wie gesagt, ich habe euch gesagt, wie die Kriterien aussehen. Beim S&P und beim Nasdaq mag das aber ein bisschen anders sein. Da habe ich hier so ein bisschen eine Skizze schon mal vorbereitet. Und wenn ich jetzt mal hier meine blauen Klähereien nochmal ein bisschen wegmache, die wir hier drin haben. Eigentlich hätte ich das nochmal aufräumen sollen, dann hätte ich es ein bisschen sauberer gehabt. Der gefällt mir anders gut. Denn ihr seht, wenn ich hier das mal nachvollziehe, machen wir den nochmal weg und den kriegen wir auch. Alles von dem Tief, was wir hier haben, ist einmal hoch. Dann hatten wir hier eine Pause. Hoch, dann haben wir hier eine Pause. Und jetzt geht es wieder hoch. Nehmen wir mal, er geht noch ein bisschen höher. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das sieht so aus wie der Impuls, den ich immer noch möglich halte, aber im Moment noch nicht erkenne, beim DAX. Wir haben Gegenbewegung, nämlich hier. Und wir haben hier oben eine Gegenbewegung. Das ist diese hier. Und die sind überlappungsfrei. Der ist viel höher als der. Die überschneiden sich nicht. Erinnert ihr euch beim DAO? Da war der Punkt tiefer als der. Die überschneiden sich. Das heißt, der S&P ist eigentlich auf einem guten Weg, dass er jetzt schon willens ist nach oben. Worauf ich jetzt warte, also was für mich interessant ist, entweder ist man jetzt schon drin, aber wenn nicht, ist das noch kein Drama. Dann wäre das für mich, dass wir anschließend eine Korrektur brauchen, wieder so auf den halben Bereich zurück. So ein bisschen Orientierung hier, ein bisschen halber Bereich. Also das könnte in etwa so aussehen. Und wenn das passiert, viele von euch wissen das natürlich, ist dieses Zwischenhoch mein Trigger für die Longseite. Das heißt, das Bild hier sieht viel positiver aus aktuell, aber ist für mich jetzt kein Long. Warum kein Long? Also natürlich kann man hier eine Long-Position eingehen, wenn man die fünfte Welle handeln will. Aber ihr seht schon, das Potenzial der fünften, die fünften können manchmal sehr lang sein. Häufig sind sie aber eben orientiert so ein bisschen an der ersten. Und dann ist das vom Chance-Risiko-Verhältnis, die fünfte Welle zu handeln, nicht mehr so attraktiv. Das heißt, ja, das ist ein Long-Signal, aber ein, wie wir sagen, nicht mehr so lohnendes. Das heißt, ich versuche nicht, die fünfte zu handeln. Das könnt ihr anders handhaben, wenn ihr das meint, aber so machen wir das bei uns. Und dementsprechend sind wir da etwas zurückhaltender, was diese angeht. Obwohl meine Erwartungshaltung im Moment ist, dass wir höher gehen als diese. Ob es jetzt exakt so hoch ist, das ist jetzt geraten, ist vielleicht ein bisschen arg lang. Aber dass wir da drüber gehen, das halte ich für sehr realistisch. Also dieses alte Hoch, wann war das, gestern Abend, dass wir das überstoßen. Und anschließend dann ein Rücksetzer Fibonacci-mäßig korrektiv, dreiwellig, also mit Kursüberschneidung. Also dreiwellig, hier seht ihr dreiwellig gerade, beispielsweise. Runter gehen und dann wäre das Zwischenhoch der Long Trigger mit Mindesterwartung, dass der erste Teil, den wir hier haben, da hinten nochmal passiert. Und mit Chancen, dass das Ganze dann, oh, jetzt sind wir da oben, dann können wir auch durchstarten, dann gehen wir gleich weiter. Ihr seht, ich bin, was den S&P angeht, gar nicht so schlecht drauf, dass wir vielleicht schon auf dem besten Wege sind, hier die Aufwärtsseite zu handeln. Gucken wir uns den Nasdaq an zum Abschluss. Und der ist sogar, ja, noch vielleicht eine Stufe schöner, denn der bewegt sich ja schon in diese Richtung. Der Nasdaq macht im Moment eigentlich aus bullischer Sicht alles richtig und ist relativ ähnlich drauf wie das, was wir gerade beim S&P gesehen haben. Die mögliche Trigger-Marke, die ich eben angesprochen hatte, wäre übrigens diese hier. Das ist das Zwischenhoch Freitagnacht. Das wäre im Prinzip à la A, B, C quasi das Zwischenhoch als ein Trigger. Wer mich kennt, weiß, das handeln wir nicht. Warum nicht? Weil dann würde ich die gesamte fünfte Wende handeln und dann gilt wieder das mit den möglicherweise nicht mehr so attraktiven Chance-Risiko-Verhältnissen. Beim Nasdaq geht es sogar noch einigermaßen, aber gilt das so. Aber was ich besser noch finde, als jetzt hier einfach pauschal einzusteigen, wenn er dieses Zwischenhoch durchstößt ist, jetzt macht er doch da schon eine schöne Bewegung. Wenn er beispielsweise, das wollte ich nicht, wenn er beispielsweise, machen wir das mal so, nach dieser 1, 2, 3, 4, 5, bald mal eine Korrektur macht, dann würde ich wieder auf den Zwischenhoch einsteigen und diese Welle handeln und von mir aus dann weiter handeln. Also würde ich dann gar nicht mal so sehr zwingend auf 1 zu 1 Verhältnis und dann raus, sondern sagen, Moment mal, wir sind doch fünfte Welle und die hat doch noch viel mehr Platz nach oben. Also da geht es doch noch ein gutes Stück weiter. Dann bleibe ich doch drin und ziehe einfach einen Stop hinterher. Zusammengefasst, S&P und Nasdaq gefallen mir jetzt schon. Mindestens zum Hardcore drauf gucken. Die nächste Korrektur böte mir dann die entsprechenden Einstiege. Ihr wisst, Korrekturen immer wieder, Fibonacci-Bereich da, halbe Strecke wieder runter in etwa. Also ganz simpel genommen, halbe Strecke, so ein bisschen plus minus, Fibonacci-Bereich 38, 50, 61, 80 in etwa. Das wären die entsprechenden Marken. Halte ich für sehr, sehr realistisch, dass das passiert. Wenn er das macht, sind das Einstiege und zwar auf der Longseite. Und es sieht danach aus, als ob wir eine realistische Chance haben, dass es weitergeht. DAX 18.000 plus, da allerdings noch der Umweg. DAO 38.000 plus, auch nochmal der mögliche Umweg, den ich gezeigt habe. S&P und Nasdaq Richtung neue Allzeithuchs. Und dann gucken wir mal weiter. Also insofern erstmal ein bullisches Bild. Es gibt natürlich noch die Zwischengefahr, dass es trotzdem nochmal einmal tiefer geht. Ich will nur einmal, dass ihr es gesehen habt. Das heißt, wir gehen zum Beispiel, jetzt, wir gehen dreimal runter, wir gehen dreimal hoch, dann anschließend nochmal runter und anschließend erst hoch. Aber das entscheiden wir, wenn wir da oben sind. Dann können wir hier gucken, wie ist die Bewegung, verläuft die müssen wir mit diesem Rücksetzer nochmal rechnen. Ja, das ist möglich, dass das passiert, aber es ist nicht zwingend. Das gucken wir uns an, wenn wir dann in diesem Umfeld hier oben sind, ob wir damit rechnen müssen oder ob die Chancen besser sind, dass wir direkt durchstarten. Also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.